Sie kennen das sicherlich. Die tagtäglichen Herausforderungen im Job. Ihnen werden neue Aufgaben übertragen, mit denen Sie sich noch gar nicht richtig auskennen. Prozesse, die Ihnen mal vertraut gewesen sind, wurden verändert. Und diese lästigen Dinge, die Sie nur hin und wieder mal zu erledigen haben, weshalb sich keine Routine bei Ihnen einstellt. Für all diese Fälle bietet die TT Performance Suite eine Lösung an. Denn mit der TT Performance Suite erhalten Sie die Information in dem Moment, in dem Sie sie brauchen und in der Form, in der Sie sie brauchen. Bei der Einführung einer neuen Software kommt es trotz Schulungen im Arbeitsalltag häufig zu Anwendungsfragen. Wenn es gut läuft, können sich die Mitarbeiter gegenseitig helfen. Häufig finden Sie aber keine Hilfe. Dann kommt es zu Fehleingaben und in der Folge zu Prozessfehlern. Um solche Probleme zu vermeiden, bieten wir mit der TT Performance Suite eine effektive Hilfe an. Wenn ich in einer Anwendung nicht weiterkomme, erkennt die TT Performance Suite automatisch, in welcher Anwendung ich bin und an welcher Stelle. Passend dazu schlägt sie mir interaktive Guides vor. Ein Guide führt mich Schritt für Schritt durch die Anwendung. Am Ende habe ich dann meine Aufgabe korrekt ausgeführt. Für alle, die sich tiefer in die Materie einarbeiten wollen, bietet die TT Performance Suite weiterführende Informationen, zum Beispiel Lerninhalte oder Prozessbeschreibungen. Wir erstellen für unsere Kunden die unterschiedlichsten E-Learnings, zum Beispiel interaktive Produkttrainings oder Micro-Learnings zu Themen wie Sicherheit oder Compliance. Dafür ist die Qualität natürlich besonders wichtig. Denn E-Learnings müssen einfach, leicht verständlich und gut gestaltet sein. Der Lerner möchte auch Spaß haben und motiviert werden beim Lernen. Und die Inhalte müssen natürlich auch auf allen Endgeräten optimal laufen. Dafür ist die TT Performance Suite die optimale Lösung. Sie ist einfach zu bedienen. Wer Powerpoint bedienen kann, findet sich auch hier ganz schnell zurecht. Wir arbeiten häufig in sehr großen SAP-Projekten mit ganz engem zeitlichen Rahmen. Und da erstellen wir umfangreiche Dokumentationen, Simulationen und Schulungsunterlagen. Und weil das meistens internationale Projekte sind, kommen auch verschiedene Autorenteams zum Einsatz, die natürlich eng zusammenarbeiten müssen, um Mehrarbeit zu vermeiden. Da kann ich Arbeitsabläufe festlegen, ich kann Pakete schnüren zum Arbeiten, ich kann Abnahmeprozesse vorgeben und ich habe ein Template, das sicherstellt, dass nachher der Output immer gleich aussieht, nämlich die Dokumentationen und die Simulationen. Und der Endanwender, der profitiert nachher vom Ergebnis. Er sieht genau, wie die Abläufe im SAP durchgeführt werden und er kann auch noch die Prozesse verstehen, die dahinter stehen. Ob IT-Dokumentation, E-Learnings oder interaktive Guides, alles wird Ihren Mitarbeitern passgenau zur Verfügung gestellt, direkt an ihrem Arbeitsplatz. Wir von der TTS haben die TT Performance Suite aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Und seit über 15 Jahren entwickeln wir sie jeden Tag ein bisschen weiter. Das wissen auch unsere Kunden zu schätzen. Mittlerweile vertrauen rund 4 Millionen Anwender weltweit auf unsere Software Made in Germany. Anwender weltweit auf unsere Software-Learnings oder innerhalb des Discs chopped Smough Das Laserエ까요? Untertitelung des ZDF, 2020